Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin der Heinz und komme aus dem schönen Weilheim in Oberbayern. Und ich bin seit mehr als 20 Jahren mit Begeisterung Unternehmer. Ich starte ein neues Netzwerk mit einer super Geschäftsgelegenheit und das Situation angepasst, alles von zu Hause. Wollten Sie schon immer einmal ein Unternehmen mit einer Tätigkeit gründen, die sich nicht nach Arbeit anfühlt? Synergy hilft Menschen seit über 20 Jahren, genau das zu erreichen. Wir lassen Sie an einem Gesundheits- und Wellnessgeschäft teilhaben, das Ihnen durch innovative Ernährung und Hautpflege ein neues Leben ermöglicht. Mit Formeln, die auf Nobelpreis gegrünter Wissenschaft basieren unter einer unübertroffenen Qualität, vereint Synergy das Beste aus Wissenschaft und Natur, um unschlagbare Komplettlösungen anzubieten. Um die Überlegenheit unserer Produkte zu gewährleisten, testen wir die Reinheit unserer Inhaltsstoffe bis auf ein Billionstel. Das entspricht der Suche nach einem bestimmten Wassertropfen in 21 olympischen Schwimmbecken. Gesundheit, Wohlbefinden und die eigenen finanziellen Ziele erreichen, genau dabei können wir Sie unterstützen. Mit einer flexiblen Einkommensmöglichkeit, mit der Sie Ihre Arbeitszeit freigestalten und Ihre persönlichen Ziele erreichen können. Wir bieten Ihnen das Training und die Unterstützung für Ihren Erfolg. Treten Sie dem Synergy-Team bei. Sie erhalten einen voll eingerichteten persönlichen Online-Shop, mit dem Sie jederzeit weltweit Waren verkaufen können. Und wir vermitteln Ihnen das Wissen, um Beratungen und Gesundheitsworkshops mit Freunden, Familienangehörigen und anderen durchzuführen, damit Sie das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen können. Hallo, schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du jetzt Fragen hast oder vor einer Entscheidung stehst, dann ruf mich einfach an. Dann können wir alle deine Fragen klären, beantworten und wir können uns kennenlernen. Ich freue mich auf deinen Anruf und von dir zu hören. Bis bald, euer Heinz. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.